ein audi a4 ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in dem schwarzen fünftürer platz der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 125.000 kilometern die erst anmeldung war mittel 2011 der kombi bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer für suffix kindersitz befestigung navigationssystem party gefilter und noch vieles mehr unter der haube gibt der diesel eine leistung von 190 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,2 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr ein 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017